Urdhva Kamalasana ist der nach oben ausgerichtete Lotus. Zwei Stellungen werden als Urdhva Kamalasana bezeichnet. Urdhva Kamalasana I ist das gleiche wie Kandapidasana. Von der Sitzhaltung ausgehend, gib die Füße zusammen, hebe die Füße hoch, gib die Fersen zum Nabel hin und die Zehen zum Brustbein hin. Das sind die, das ist Urdhva Kamalasana. Wenn es dir gelingt, die Fußsohlen flach auf den Bauch- und Brustkorb zu bringen, dann kannst du auch die Knie nach unten geben und die Hände auf die Knie. Eine weitere Stellung nennt sich Urdhva Kamalasana. Das ist der Lotus im Kopfstand oder im Schulterstand, im Skorpion oder im Handstand. Fabian zeigt einfach Kamalasana, also den Lotus im Kopfstand. Vom Kopfstand ausgehend falte deine Beine in den Lotus-Sitz in Padmasana, der ja auch als Kamalasana bezeichnet wird. Du kannst aber entweder die Knie oben behalten oder du kannst die Knie so weit hinunter geben, dass du so tust, als ob du auf dem Himmel sitzt. Beides ist Urdhva Kamalasana, der nach oben ausgerichtete Lotus.